Können Sie sehen, es ist noch nicht so eröffnet, aber sozusagen, also jetzt beginnt die ganze Masse. Also nach ein paar Minuten ist die Eröffnung und drei Tage. Also liebe Reisegäste, wir freuen uns also auf Ihren Besuch nach Usbekistan zu kommen. Usbekistan, ein schönes Reiseland und wie gesagt, also unsere Türen für euch sind in Usbekistan auf jeden Fall geöffnet. Dankeschön.